ja ja okay so gehen die also mit den dingern um deswegen funktionieren die also nicht hi oh oh alien lässt grüßen ich bin Marcel Dahl ich hab ja ich tue einfach mal so als hätte ich das verstanden seit 16 Jahren arbeite ich bei Snar and Snar Snar ja ja okay so gehen die also mit den dingern um deswegen funktionieren die also nie ich war dabei als ich war bei ich bin nirgendwo dabei wo ich dabei bin ma oder ich hasse mikrofone ich habe mir beile die jetzt zum anstecken man das wieder einfacher oder als wie die Fisch ist der neue Masse Labis, achso. Deswegen ist der nicht mehr da, weil sie jetzt einen Fisch dafür eingesetzt haben. Er erklärt einiges. Ja, Nenad. Bitte, was? Na, Nenad? Welche Sprache ist das? Ab sofort werden sich Marcel Labis und ich persönlich um ihre Fragen kümmern. Wir möchten gar für die Maschine lösen, um mich noch schießen, der sich versagt. Ja, nicht schießen, ich nehm. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft, dann läuft irgendetwas nicht richtig. Das halte ich aber auch für ein Gerücht. Bin ich nie. Dann sind sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden, lol, damit sie mich nicht erreichen. Keine Mailadresse. Haha, super. Hauptsache ne Handynummer ist drauf. Ach nee, ist ja auch nicht. Ach, das ist ja ja auch nicht drauf. Die Karte ist ja für den Arsch. Da kannst du ja... Unfair und nicht transparent. Es ist alles, ne? Genau. Das war sehr verwirrend, aber geil. Das war's.